hallo und willkommen meine lieben heute habe ich den goldenen youtube-button gekriegt naja nicht gekriegt ich habe ihn mir selber gebastelt weil für diesen brauchen wir eine millionen abonnenten aber das kleine bastel idee kleine deko idee und wie ich das gemacht habe das seht ihr jetzt viel spaß dabei so Was ist das für ein schreckliches Ding da? Ja, das sieht ja aus wie eine gefälschte YouTube-Blade-Button und das noch in hässlichem Gold, den werde ich Ihnen klauen, kommt nicht in Frage, dass er den hier irgendwo aufhängt, ich weiß was wir machen, kommt mal mit. So, das hässliche Ding hier, das braucht noch eine spezielle Brandbehandlung, dann sieht es vielleicht ein wenig besser aus. Wir haben hier unseren schönen Feuerplatz hier. So, da es so schön ist, ein bisschen Glanzen da drüber. Wollte ein bisschen mehr. Perfekt! Perfekt! Und Lödlampe! Ja! Jetzt kriegt es die Feuerbehandlung, was es verdient hat. Das reicht noch nicht, da muss noch mehr drauf. Jetzt gefällt mir das besser. Ha! Soll er sich doch neuen machen. Also lasst ihm einen Daumen da, schreibt in die Comments und wer mag natürlich ein Abo. Wir sehen uns! Tschüss! Oder ist es ein Abo. So, das war's mit dem Video. Leider ist der YouTube-Button weg. Ich hab ihn unten auf dem Feuerplatz gefunden. Ich denke mal, es war Schroddi. Den wird ja immer noch von der Polizei gesucht, nachdem er das halbe durch in die Luft gejacht hat. Naja. Abwarten, wenn geschehen hab ich, der ist auf jeden Fall dran. So. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir wie immer den Daumen da. Schreibt in die Comments. Und wer mag, natürlich ein Abo. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auf diesem Kanal, haut mir einfach eine auf die Glocke. Dann erfahrt ihr immer, was los ist. Ich sag jetzt schon mal, tschüss und viel Spaß noch.